Hallo und herzlich willkommen zum Hobby-Koch-Video-Podcast. Heute mit einem besonderen Gericht, das ich mir ausgedacht habe auf der Basis eines ganz bekannten Gerichtes. Dazu erzähle ich gleich noch etwas mehr. Ich zeige euch erstmal, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir eine unbehandelte Zitrone, ich habe hier eine Bio-Zitrone, davon brauchen wir etwas von der Schale und etwas von dem Saft. Dann brauchen wir absurde Mengen Bacon, Hähnchenbrustfilet, etwas Salz, Pfeffer habe ich hier in der Mühle und Salbeiblätter. Dazu an Werkzeug brauchen wir noch natürlich ein paar Messer, Alufolie und eine Sushi-Matte. Die habe ich hier in der Hand, weil die Arbeitsplatte jetzt schon zu voll ist. Und ja, die Kenner unter euch können vielleicht schon am Salbei erraten, was ich vorhabe oder in welche Richtung das geht. Es gibt ein italienisches Gericht, das nennt sich Saltimbocca. Und das wird normalerweise mit Kalbfleisch gemacht und dann mit Serrano-Schinken umwickelt. Das ist natürlich was sehr Edles und Teures. Das wird auch in der Pfanne zubereitet und nachher auch mit einem Weißwein abgelöscht und darin ein bisschen gedünstet. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt die Barbecue-Style-Variante in abgespeckter Form. Dazu schneide ich mir erstmal das Hähnchenbrustfilet in schmalere Streifen. Das ist mir so ein bisschen zu groß. Nehmen wir mal ein richtiges Messer. Solche Streifen müssten eigentlich reichen. Wie gesagt, das ist... Oh, hier machen wir mal ein bisschen von dem Gemetzel ab. So. Das sollte reichen. Jetzt können wir mit den anderen Dingen weitermachen. Mit der Schale müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht so wie ich jetzt das weiße, diese Schutzhülle mit abschneidet, sondern wirklich nur ganz dünn, wenn ihr eine extrem gut ausgestattete Küche habt. Dann habt ihr vielleicht einen Zestenreißer, dann spart ihr euch gleichzeitig den nächsten Arbeitsschritt, nämlich das hier noch ein bisschen fein zu schneiden. Wir wollen natürlich möglichst vermeiden, dass das beim Essen nachher sehr stört. Das ist auch jetzt kein Originalbestandteil von Saltimbocca. Das mache ich jetzt einfach, um dem Salbei und dem Geflügel noch mal so ein bisschen mehr Drall zu geben. So, dann nehme ich hier nur so ein paar Tropfen Zitronensaft, um das Ganze eben frisch zu machen. Übrigens, die Zitrone passt sehr gut zu diesem Aroma des Salbei. Das kann man auch als Soße für Pasta machen, also Butter, Salbei und ein bisschen Zitronenschale und Saft. Das schmeckt wirklich fantastisch. So, jetzt gebe ich wirklich nur eine Prise Salz noch zu dem Fleisch. Und, weil ihr habt ja schon gesehen, es ist sehr viel Frühstücksspeck oder Bacon im Spiel, frisch gemahlenen Pfeffer. So, jetzt matsche ich das hier ein bisschen durch, damit sich die Gewürze schön verteilen. So, jetzt können wir das kurz an die Seite stellen. So, was wir auch noch in der Vorbereitung machen müssen, ist hier die Blätter zu teilen entlang des Stiels. Die Stiele möchte ich nicht mit drin haben. Das ist aber jetzt einfach eine Geschmackssache, weil ihr nachher einfach beim Essen stören. Ihr müsst auch nicht ganz alles rausschneiden, nach oben hin verjüngen sich die Stiele ja. Aber eben der untere Blattteil vermeiden könnte es natürlich auch, indem ihr einfach kleinere, jüngere Blätter nimmt. Sowieso dieses hier. Das hat auch nicht so einen dicken Stiel. Aber ich habe jetzt mal meine Salbeipflanze ein bisschen erleichtert von diesen großen alten Blättern. Und dann wachsen ja auch die kleinen Blätter oben nach. So, damit haben wir es schon. Das ist natürlich reichlich. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, das nachher nochmal mittendrin nachzubereiten. So, jetzt kann es schon losgehen. Jetzt kommt der kunstvolle Teil. Die Bambusmatte kommt ins Spiel. Wir haben hier schon ein paar Bögen Alufolie vorbereitet. Und dann nehme ich hier den Speck. Und lege den... Ah! Ich glaube, es ist vielleicht schon sinnvoll. Der Speck hat zwar viel Fett, aber der fleischige Teil könnte sein, dass das nachher anbackt. Lieber ein bisschen Öl drauf. Muss auch nicht viel sein. Wer den mediterranen Touch des Gerichtes aufrechterhalten will, der nimmt natürlich Olivenöl. Aber geschmacklich macht das jetzt meiner Meinung nach keinen großen Unterschied. Nehme ich mal hier so ein paar. Jetzt kommt nämlich der spannende Teil. Das habe ich irgendwann mal in dem Internet gesehen. Es gibt ja vor allen Dingen in den USA, aber ich glaube weltweit, eine große Fangemeinde für Speck. Und da gibt es also ganze Fanseiten für Bacon-Fans. Wo dann eben Rezepte ausgetauscht werden, die irrationale Mengen von diesem Speck enthalten. Ich finde den Speck auch cool, da jetzt nicht so eine intensive Beziehung zu diesem Nahrungsmittel. Aber so zum Prühstück oder für bestimmte Gerichte ist das einfach eine feine Sache. Und ihr seht schon, was ich jetzt hier mache, während ich so weiterrede. Aus dem Speck macht man so ein Geflecht. Im Prinzip so wie dritte Klasse Kunstunterricht, Handwerken. Wir machen einen kleinen Teppich. Das Ganze sorgt dafür, dass wir eine sehr zuverlässige und stabile Speckschicht um unser Geflügel nachher haben. Die also auch beim Grillen und beim Aufschneiden die Form behalten sollte. Bei jedem Wetter. Und außerdem ist es natürlich nachher, wenn man das Ganze aus der Hülle befreit, ein ganz schöner Anblick. Ich habe das schon mal mit einem anderen Gericht probiert. Und zwar habe ich in Anlehnung eben an diese Webseiten ein fantastisches Gericht, das ich aber voraussichtlich nie kochen werde, weil es auch so ein bisschen verrückt ist. Das ist also auch nicht so ganz... Naja, es geht um den Tördacken. Falls ihr das schon mal gehört habt. Das ist ein Truthahn, gefüllt mit einer... Ganz gefüllt mit einer Ente, mit einem Hähnchen. Und wenn man es dann noch weiter ertreiben will, könnte man vielleicht auch noch eine Wachtel in das Hähnchen rein stopfen. Und das Gericht, was an sich schon ein Irrsinn ist, war dann auch noch umwickelt mit Speck. Und um diese Idee aufzugreifen, verschiedene Sorten Fleisch in einem Gericht zusammenzustecken, habe ich dann eben ein Schweineschnitzel auch so in dünne Streifen geschnitten und dann Hackfleisch, Rinderhackfleisch darum gemacht und dann das Bacon darum herum. Ich glaube, Geflügel war auch noch in irgendeiner Form im Spiel, sodass ich da also im Prinzip verschiedene Tiere in einem zusammengefasst hatte. So, ihr seht, das marinierte Hähnchen kommt jetzt so auf den Speck. In der Mitte ein paar Salbeiblätter. Und jetzt wasche ich mir noch mal kurz die Finger. Jetzt, ihr ahnt es, bereits kommt das Geflecht hier rundherum. Da eignet sich diese Sushi-Matte wirklich ausgezeichnet. Die ist ja nun für das Umwickeln von Speisen gedacht. So. Na, muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich das Ganze nicht in letzter Sekunde noch verhunzt. So. So sieht es dann im Brotzustand aus. Jetzt wickele ich es gleich wieder ein, weil diese Alufolie wird nachher in den ersten Minuten auf dem Grill auch dafür sorgen, dass der Speck erstmal fest an das Fleisch anbrät, das Ganze seine Form annimmt und nach drei, vier, fünf Minuten kann man dann die Alufolie abwickeln. Leg das Ganze nochmal auf den Grill, damit der Speck auch natürlich schön kross wird. Das ist ja das, äh, das Wichtige beim Baken. Jetzt wickele ich das Ganze noch ein und kann das im Kühlschrank gut bis morgen aufbewahren. So eine Granate haben wir nachher. Davon mache ich jetzt noch mehr. Aber ich denke, das Prinzip ist euch klar. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Wünsche mir natürlich von euch Rückmeldungen, ob das bei euch funktioniert hat. Dann wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß. Euer Kai Daniel Duggen.